Bist auch du die letzte Zeit irgendwann mal auf ätherische Öle aufmerksam geworden und hast dir gesagt, ey, das ist ein richtig cooles Thema, darüber möchte ich mehr erfahren. Bei meiner Freundin Maxi und mir war es vor einigen Jahren genauso. Scheinbar durch einen Zufall sind die Öle in unser Leben gerauscht und haben so ziemlich alles verändert. Wir haben ein ganz normales Leben, wir haben Jobs, wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben Emotionen und vor allen Dingen jede Menge Stress. Und wir haben uns irgendwie gefragt, was kann uns helfen mit all diesen Dingen besser umzugehen. Vielleicht kennst du das. So, die Öle kamen in unser Leben und wir haben sie so intensiv in das Leben reingeholt, weil wir wollten tatsächlich herausfinden, machen sie einen Unterschied. Und ich kann euch heute sagen, nach vielen Jahren, sie machen einen Unterschied. Und genau das, was wir erlebt haben, auf all diesen Ebenen, teilen wir heute mit vielen Menschen. Und schon damals war die Herausforderung, wo bekommt man gute Informationen, die du auch als Einsteiger verstehen kannst. Kurzum, wir haben diesen YouTube-Kanal gegründet, damit nicht nur viele Kunden von diesem Wissen profitieren, Menschen, die uns nahestehen, sondern auch du als Einsteiger Lust bekommst, die Öle in dein Leben zu integrieren. Vorausgesetzt, du hast auch ein bisschen Stress, du willst auch in manchen Bereichen Verbesserung und du hast einfach Bock auf ein gesünderes und glücklicheres Leben. Wenn dem so ist, drück hier oben auf Abonnieren und sei bei unserem nächsten Video dabei.